Ja, willkommen zurück. Ähm, willkommen zurück, ja. Ich hab was geändert. Ich hab hier Millionär jetzt und... Hier hab ich noch gar nichts geändert. Nein. Hier, was wollte ich hier ändern? Gar nichts, oder? Ich hab hier nichts mehr ändern, ne? Aber hier hab ich was geändert. Hier, das da? Ich weiß, das verstehe ich nicht, aber das ist mir so auch egal. Das interessiert mich jetzt kein Stück. Warte mal, was gibst du denn? Als Status. Mhm. Okay, nehmen wir das so hin, so. So, 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 so. Mhm, mhm, mhm. Wir lernen nie was so. Wir sind stehen geblieben hier. So, jetzt werde ich euch... Nein, ich wollte eigentlich aufsteigen, so. Ich werde euch noch was zeigen. So, hier rein. Laufen wir einfach so hier lang. Weil wir es können. Und weil es mir voll Spaß macht, ständig durch Gitarre Lucas Grotto zu laufen. Dün, 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 ja. Kurz vorm Ende noch ein Gegner. Oh, die süßen kleinen Tütschi-Tütschi-Tütschi-Tütschi-Tütschi-Tütschi-Tütschi-Tü. Komm, ja, ja, komm. Sucht euch einen anderen, mit dem ihr spielen könnt. So, ich bin echt zu lange. Und, bumm. Nicht tot? Verdammt. Dün, 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 dün. Oh, Blitz tut mir so verdammt toll weh. Es ist unglaublich, wie schmerzhaft Blitz ist. Dün, 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 dün. Und tot. Hier kommt Feuer. Oh, Mann. Sehr unprofessionell hier gemacht. Ja, 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 ja. Level up und irgendwas hat Queena gelernt und das interessiert mich nicht. Baby, Baby, denn momentan will ich einfach nur Chocobos machen, Chocobo-Kram. Denn Chocobo ist voll toll. Ich liebe den kleinen Vogel. Chocobo ist toll. Okay. Was war denn das schon wieder für ein Geräusch? Ey, was mache ich für Geräusche? Ist ja schlimm, sowas. Ja, klasse. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo hier in der Nähe Chocobo-Fußstopfen sind. Oh, klasse. Es ist so toll. Oh, ja. Oh. Wie habe ich euch vermisst? Ihr seid ja so schwer. Ladybug. Und du bist auch Ladybug. Und Queena, du bist gleich tot. Alle von mir sind fast tot. 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 Ich tot. Elf Damage. Queena, du bist tot. Und Blizzard, jetzt seid ihr alle tot. Ich weiß, das war jetzt voll die Verschwendung. Komm. Schreibt mir meinen Kommentar. Schreibt den Kommentar so. Boah, das Bizarre benutzt. Das war voll die Verschwendung für die zwei kleinen schwachen Gegner. Queena hat keine EP bekommen. Das interessiert mich jetzt aber auch nicht. Dun, 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 dun. Yeah, oh yeah. Nicht yeah, nein. So, jetzt, ähm, Items. Phoenix, oh. Wir haben es jetzt sechs Stück verbraucht. Dich einmal komplett, ich einmal komplett, ich einmal auch komplett. Und ich auch, so. Dun, dun. Gib mir Fußspuren eine Schokoburst, denn ich brauch diese Fußspuren. Da vorne sehe ich welche. Hinfort. Hinfort. Immer noch hinfort. Hinfort. Und wir sind hier und hier und hier und hier und hier und hier und Gisal Green Sieg. Quee. 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 Quee, 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 Quee. So, wir wollen diese kleine Karte da abklappern. Dun, 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 dun. Wenn ich nur wüsste, wo ich lang müsste. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und dann gehen wir hier so lang und hier. Oh, das ist mit viel zu viel Nebel, ganz ehrlich. Wie komm ich da vorne hin? Denn da sieht alles so gleich aus. Ich mein, ich könnte so hier. So dahin, aber irgendwie. Äh. Komm schon. Verarsch mich nicht. Nicht. Das war jetzt ein langes Nicht. Warte mal, bis du die eine Insel dich suche. Könnte das hin hauen? Nein. Komm. Warte mal, ich hab irgendwie die Falschkarte draußen für das Ding. Ich brauch das da. Quee. 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 Found a turtle chest. Yes. My lady. Bumblebee. Vier Remedies. Zwei Elixiere und acht Rising Suns. Ein Oakstaff. Das ist das, was ich haben wollte. Dieser Oakstaff, der bringt Vivi Bio. Bio ist eine sehr starke Attacke. Sag ich euch jetzt schon mal. Dieser Tag werde ich euch auch nur zeigen, weil, die ist eigentlich voll übertrieben, damit schmäßig drauf. Und lecken. Und lecken. Und lecken. Und lecken. Und lecken. Und lecken. Macht so viel Spaß. Das ist ja unglaublich. Oh, Alter. Wo finde ich dich denn jetzt schon wieder, du blöde Insel? Wenn, nirgendwo, nirgendwo. Ich reise durch die ganzen... Durch die ganzen Welt, ja. Die ganzen. Nicht die ganze Welt. Nur um eine scheiß Insel zu finden. Ah, Mann. Schnupfen nervt. Hm, 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 hm. So, wo finde ich dich wohl jetzt, n? Denn. Denn. Das Video ging jetzt wirklich nur für Schoko drauf. Oh, Schuss. hier ist rein gar nichts dünn 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 ds da mann sorry denn das nervt ich weiß ja das ist nicht nach oben die nötenden das hier hat auch keinen Sinn die insel von und auch können sind die in sie sich verdächtig danach aus aus einem bestimmten Blickwinkel ja ich erzähle ich bin wo bist du kwee kwee von der tröse scherz das war das ging diesmal acht potions für phoenix federn drei äther und eine magische robe ja weil wir magisch sind und man schon anziehen können als ein dieb ein sith werden wir sie auch anziehen na das wird natürlich wibi geben weil wibi ein magier ist und magische roben kann ertragen kann er das er sollte es können sagen wir es so wenn nicht ist das kein magier sondern eine zumutung dün 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 so ich kenne mal gucken wir frische das mal aber ich jetzt keine lust drauf�� Greener interessiert mich� czasie nicht im di Ruhe denn sendte &oly die Tinten absteigen aufs Kind die Zimmer Lukas Grotto den Tinten 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 die Köpfen wir dich da steht ihr seht ihr Stab, Bier und Rain das wollen wir aber noch nicht anziehen, wir wollen jetzt erstmal eine magisch rote, die bringt uns Auto Potion Auto Potion, das heißt sobald er attackiert wird und ich das Ding anhabe dann haltet er sich automatisch mit einem Potion das heißt minus eine Runde Verschwendung, ja aber, aber, aber es könnte auch sehr nervig sein warum bin ich gerade zu müde weil es könnte wirklich sehr nervig sein weil sobald er von einem Gehner getroffen wird, kriegt er elf Damage oder so zack verschwendet er den Potion für elf und Tonkiller nein das ist Alert Prevents Back Attacks, nein Antibody Poison and Venom komm, nehmen wir Antibody, weil wir es können, weil wir es dürfen, weil wir es machen Du hast nichts auf dem Kasten, du hast auch nichts auf dem Kasten, ihr seid alle scheiße, na 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 Okay Beim nächsten Mal sehen wir uns aus der Grottschule draußen Mal gucken Ja, hoffe ich mal Wenn jetzt ein Kampf kommt, dann schneide ich ihn einfach raus, weil es mir scheißegal ist Ich mach dann einfach Video beenden und dann Ja, bis gleich Leute Adios